Die Türkei hat am Mittwoch die erschreckende Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh im Iran verurteilt. Hamas hatte zuvor erklärt, dass sein politischer Führer Ismail Haniyeh bei einem israelischen Angriff in Teheran getötet wurde, wo er an der Amtseinführung des neuen Präsidenten des Landes teilnahm. Auch der türkische Außenminister Hakan Fidan war bei der Zeremonie anwesend. Dieser Angriff zeigt, dass die Regierung von Benjamin Netanyahu nicht beabsichtigt, Frieden zu erreichen, zitierte Telegrafi das türkische Außenministerium in einer Erklärung. Dieses Attentat zielt darauf ab, den Konflikt in Gaza auf regionaler Ebene auszuweiten, warnte er. Die iranische Revolutionsgarde bestätigte ebenfalls den Tod und erklärte, dass die Residenz von Haniyeh in Teheran getroffen worden sei und er zusammen mit einem Leibwächter getötet wurde. Wie Dely Sabah betont, war Haniyeh ein häufiger Gast in der Türkei, die ein lautstarker Kritiker der israelischen Massaker in Palästina seit dem 7. Oktober 2023 war, als Reaktion auf eine Offensive des Hamas, und zu den wenigen Ländern gehört, die seine Gruppe als Widerstandsbewegung anerkennen. Laut türkischen Medien ist Präsident Recep Tayyip Erdogan auch ein Pionier der Bemühungen um Versöhnung zwischen Hamas und Al-Vater, die die palästinensische Autonomiebehörde mit Sitz in Ramallah hält. Kürzlich empfing er Haniyeh und den Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas zu seltenen hochrangigen Gesprächen zu diesem Thema.